Was sind die verschiedenen Arten von Piriformis-Übungen? Der Piriformis ist ein Muskel im Gesäß, der die Bewegung der Hüfte und des Oberschenkels unterstützt. Die Verengung des Piriformis kann zu einer Reizung des Ischiasnervs führen, der auf seinem Weg vom Rücken zum Bein durch den Muskel geht. Dieser als Piriformis-Syndrom bekannte Zustand wird normalerweise als Brennen oder Schmerzen im Gesäß, in der Hüfte oder im Beinrücken empfunden. Glücklicherweise können die Symptome dieser Erkrankung mit ein paar muskeldinnenden Piriformis-Übungen gelindert werden. Zu den effektivsten Piriformis-Übungen gehören die Rückenlage von Piriformis, die Sitzform von Piriformis, die Hüfteabduktion und die Bauchdehnung. Eine der nützlichsten Piriformis-Übungen ist die Piriformis-Dehnung in Rückenlage. Legen Sie sich für diese Übung mit eingezogenen Knien in Richtung Körper auf den Rücken. Überqueren Sie das Wundebein über dem anderen Bein und umarmen Sie die Oberschenkel und verbinden die Hände hinter den Knien. Ziehen Sie nun mit den Armen die Beine vorsichtig in Richtung Brust und halten Sie sie 10 bis bis 20 Sekunden lang. Im Gesäß sollte eine gute Dehnung zu spüren sein. Hilfreich ist auch die sitzende Piriformis-Dehnung. Beginnen Sie diese Bewegung, indem Sie mit vollständig ausgestreckten Beinen auf dem Boden sitzen. Beugen Sie das betroffene Bein wie im Schneidersitz. Ziehen Sie den Fuß mit den Händen am Knöchel des angewinkelten Beins und ziehen Sie ihn vorsichtig in die Brust hoch, stoppen, bevor die Dehnung schmerzhaft wird. Halten Sie diese Position für 10 bis 20 Sekunden. Einige Oberschenkeltönungsübungen, wie die Hüftabduktion, werden als Piriformis-Übungen bezeichnet. Um diese Bewegung auszuführen, befestigen Sie ein Ende eines geknoteten Übungsbandes in einer Türöffnung. Stellen Sie sich mit dem nicht betroffenen Bein neben der Tür und legen Sie das lose Ende des Trainingsbandes um den Knöchel des betroffenen Beines. Halten Sie das Knie vollständig gestreckt, heben Sie das Bein zur Seite und senken Sie es dann ab. Führen Sie 2 bis 3 Sätze mit jeweils 10 Wiederholungen durch. Schließlich reagieren Wunderpiriformis-Muskeln häufig auf die anfällige Hüftverlängerung. Beginnen Sie diese Bewegung, indem Sie mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen und, falls gewünscht, ein Kissen unter die Hüften legen. Heben Sie den Fuß des betroffenen Knies an, bis der Unterschenkel senkrecht zum Oberschenkel steht. Heben Sie das gebeugte Bein mit den Gesäßmuskeln an, bis das Knie etwa 5 cm vom Boden entfernt ist. Halten Sie diese Position für 5 bis 10 Sekunden gedrückt und wiederholen Sie sie für insgesamt 10 bis 15 Wiederholungen.